Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, und damit sind wir auch wieder zurück bei der Monorail So Okay Na das klingt ja Sehr, sehr einladend Vai da Oh Ho 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 Alter, das ist jetzt... Dreck viel Quarantäne aufrufen Mann, 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 Mann Dann also üben wir drauf Isaac, die Tür zur Kommunikationszentrale ist jetzt außen Aber ich kriege über die Coms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig Okay Okay Überall verrat Also wer weiß, was uns jetzt erwarten wird Pulsprojektiler Immer alles mit Wow Wow Das ist echt... Also... 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 Widerliche kleine nervene Fliezer, ey In der Die Oh! Oh! Ekelhaft! Schüttelst du mich gleich ein? Hat mich so ein bisschen gleich, anders gehen wir aus einer anderen Welt. Buddy Hauer Deluxe. Okay. Jetzt also da weiter. Brauchen wir jetzt nicht. Wir gehen mal hier auf. Und dann geht's weiter nach oben. Jetzt haben wir hier noch einen Textlock. Logbuch der Kommunikationszentrale First Comms Operator Bailey. Dieses Schiff wird angegriffen. Dennoch wurden unsere Bitten, einen Notruf absetzen zu dürfen, wiederholt von Captain Messiahs abgelehnt. Er würde es nie zugeben, aber alle auf der Brücke wissen warum. Das hier ist eine illegale Operation in einem verbotenen System. Wir haben es alle seit Monaten gewusst und die Klappe gehalten. Aber das ist jetzt vorbei. Mayday! 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 Hier ist die USG Ishimura! Hier ist... Verfluchte Scheiße! Das ist ja nicht zu glauben. Das komplette Kommunikationssystem ist offline. Jetzt ist er zu weit gegangen. Bailey out! Okay, das hört sich auf jeden Fall dezent nach Sabotage an. Dezent? Ach du Scheiße. Oh Gott. Ach bitte lass mich jetzt hier nicht rumballern. Diese Wachsenhäuser. Ich werdbirdszen. Ja? Woah! Ja? 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 Aha, okay, okay. Okay, gut. Dann werden wir die Dinger jetzt mal ausrichten. Okay, klar, das werde ich jetzt ja nicht haben, aber... Okay, wir werden es brauchen bestimmt. Okay. Ja, die Frage ist, woher ich das jetzt... Äh, ja, ich habe gerade wohl herausgerissen. Wow, 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 wow. Okay, der wollte also nicht so richtig rein. Das hätten wir. Und jetzt... Last but not least... Der hier drüben. War ja klar. Okay, so. And the last one, yeah. Kommunikationsbray wieder online. Empfang von Nachrichten möglich. Das war's. Es funktioniert. Geh jetzt zurück zur Kommunikationszentrale und sende unsere Koordinaten über das Begingsfeld zur Vela. Alles klar. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017